Der Prolog von Orit vom 18. Oktober Gedenken Der heilige Apostel und Evangelist Lukas wurde in Antiochia geboren. In seiner Jugend widmete er sich dem Studium der griechischen Philosophie, Medizin und Kunst. Während des Wirkens des Herrn auf der Erde kam Lukas nach Jerusalem, wo er den Erlöser von Angesicht zu Angesicht sah, seine rettende Lehre vernahm und Zeuge seiner wundersamen Werke wurde. Nachdem er zum Glauben an den Herrn gelangt war, wurde er den siebzig Aposteln zugezählt und ausgesandt, um zu verkündigen. Mit Kleopas sah er den auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Emmaus. Lukas Kapitel 24 Nach dem Herabkommen des Heiligen Geistes kehrte Lukas nach Antiochia zurück und wurde dort zum Mitarbeiter des Apostels Paulus. Mit ihm zusammen reiste er nach Rom und bekehrte Hebräer und Heiden zum christlichen Glauben. Auch der Arzt Lukas, unser lieber Freund, grüßt euch, schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser. Kapitel 4, Vers 14 Auf Ersuchen der Christen schrieb er sein Evangelium um das Jahr 60. Nach dem Martyrium des großen Apostels Paulus verkündigte der heilige Lukas das Evangelium in Italien, Dalmatien, Makedonien und anderen Gegenden. Er malte Ikonen der allheiligen Gottesgebärerin, nicht nur eine, sondern drei, und der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Somit sieht man den heiligen Lukas als den Urheber der christlichen Ikonografie an. Im hohen Alter besuchte er Libyen und Oberägypten. Von Ägypten aus kehrte er nach Griechenland zurück, wo er weiterhin das Evangelium verkündigte und viele trotz seines hohen Alters mit großem Eifer zum Glauben führte. Zusätzlich zu seinem Evangelium schrieb der heilige Lukas die Apostelgeschichte und widmete beide Werke Theophilus, dem Gouverneur von Achaea. Lukas war 84 Jahre alt, als ruchlose Götzenanbeter ihn um Christi willen marterten und ihn an einem Olivenbaum in Theben in Böthien erhängten. Die wundertätigen Reliquien dieses wunderbaren Heiligen wurden in der Zeit des Kaisers Konstantius, Konstantins Sohn, nach Konstantinopel überführt. Der heilige Petar von Cetinje, Metropolit von Montenegro, wurde am 1. April 1749 im Ort Mniegu geboren. Er begann bereits mit zwölf Jahren das Mönchsleben. Nach dem Tod des Metropoliten Sava im Jahre 1782 wurde er Metropolit und Regent von Montenegro. Dieser Mann widmete sein ganzes heiliges Leben dem Volk. Er arbeitete mit all seiner Kraft daran, die einander bekämpfenden Clans von Montenegro zu versöhnen und strebte unermüdlich danach, das Land und das Volk gegen habgierige Aggressoren zu verteidigen. Er hatte in beiden Aufgaben Erfolg. Besonders wird er für seinen Sieg über Napoleons Armee in Boca und Almatien gepriesen. Er war sehr streng sich selbst gegenüber, doch mit jedem anderen verfuhr er gerecht und nachgiebig. Petar lebte in einer kleinen Zelle wie ein einfacher Mönch, obwohl er der Herrscher über das Volk war. Er entschlief am 18. Oktober 1830. Seine wundertätigen Reliquien ruhen unverwesend im Kloster Cetinier. Der Herr verherrlichte ihn in den Himmeln und auf Erden als seinen treuen und langmütigen Knecht. Die heiligen Julian und Vivimos der Blinde Der heilige Julian, genannt der Eremit, war ein Perser und ungebildeter Bauer. Doch aufgrund der Reinheit seines Herzens war er ein Gefäß der Gnade des Heiligen Geistes. Er führte ein asketisches Leben am Fluss Euphrat in Mesopotamien und besaß die Gabe der Hellsichtigkeit. In jenem Augenblick, als Julian, der Apostat, starb, nahm dies der heilige Julian in seinem Geist wahr und berichtete es seinen Schülern. Der heilige Vivimos, der Blinde, war sein Zeitgenosse. Er lebte in Alexandria und nahm gleichfalls im Geist Julians Tod wahr. Der heilige Vivimos war während der Nacht im Gebet, als eine Stimme aus dem Himmel kam, die sprach, Heute hat Kaiser Julian sein Ende gefunden. Teile dies Patriarch Athanasius mit. Der heilige Antonius der Große achtete diesen wunderbaren Blinden sehr, der den Geist der Unterscheidung hatte. Immer wenn er aus der Wüste nach Alexandria kam, blieb er bei ihm und betete mit ihm zu Gott. Die beiden dieser wundervollen Knechte Gottes, die heiligen Julian und Vivimos, entschliefen bald nach dem Jahr 362. Lobeshymne Der heilige Apostel und Evangelist Lukas Der göttliche Lukas, weise und gelehrt, wurde freiwillig gematert für den Herrn. Er hätte Hohn und Folter vermeiden können, doch dann hätte die Welt den großen Lukas nicht gehabt. Der junge Lukas erblickte Gottes Wahrheit und unterwarf sein Herz dem Sohne Gottes. Er hörte auf seinen Lehrer, sah den Wundertäter und erkannte in ihm den unsterblichen Schöpfer. Er sah den Auferstandenen und sprach mit ihm und vollbrachte Wunder in seinem Namen. Christus wurde seine einzige Freude und Lukas opferte ihm seinen Geist, seinen Reichtum, seine Jugend. Als Lukas alt wurde, war er jung in Christus und gab der Welt, was er vom Herrn empfangen hatte. Und als er der Welt alles gegeben hatte, was er konnte, vergalt ihm die Welt gemäß der Schrift mit Hass. Einen alten Olivenbaum hängten sie den betagten Lukas, auf seinem Antlitz ein Lächeln, die Arme kreuzweise gefaltet. Und Christi Hand kam vom Himmel herab und empfing die Seele seines Evangelisten. Jetzt im leuchtenden Paradies mit den anderen Aposteln betet der heilige Lukas für die heilige Kirche. Betrachtung Kann ein Sünder im Verlauf von zehn Tagen vollständig Buße für seine Sünden tun? Durch die unermessliche Gnade Gottes vermag er es. In der Zeit des Kaisers Mauritius gab es einen berüchtigten Räuber in der Umgebung von Konstantinopel. Auf dem Land wie in der Stadt löste er Furcht und Zittern aus. Da sandte ihm der Kaiser selbst ein Kreuz als Unterpfand dessen, dass er ihn nicht bestrafen würde, wenn er sich stellen würde. Der Räuber nahm das Kreuz und stellte sich tatsächlich. Angekommen in Konstantinopel fiel er dem Kaiser zu Füßen und bat um Vergebung. Der Kaiser hielt sein Wort, hatte Erbarmen mit ihm und ließ ihn frei. Sogleich danach erkrankte der Räuber schwer und fühlte, dass sein Ende nahte. Er begann bitterlich, all seine Sünden zu bereuen und bat Gott unter Tränen ihm zu vergeben, wie es der Kaiser getan hatte. Er vergoss viele Tränen im Gebet, sodass das Taschentuch, mit dem er sie abtrocknete, ganz durchnässt war und er starb nach zehn Tagen, die unter Gebet und Weinen vergangen waren. In der Nacht seines Todes hatte der Arzt, der ihn behandelte, eine seltsame Vision in einem Traum. Als der Räuber auf dem Bett seine Seele aushauchte, umringte ihn eine Anzahl schwarzer Gestalten und schwenkte Papiere, auf denen seine Sünden verzeichnet waren. Auch zwei herrliche Engel erschienen. Eine Waage wurde in die Mitte gestellt und die schwarzen Gestalten legten frohlockend die vielen Papiere in die eine Waagschale, die daraufhin voll beladen war, während die andere leer blieb. »Was können wir hineinlegen?« fragten die Engel einander. »Lasst uns nach etwas Guten in seinem Leben Ausschau halten.« Da erschien in der Hand des einen Engels das mit Tränen der Reue getränkte Taschentuch. Rasch legten es die Engel in die Waagschale auf ihrer Seite und sogleich überwog es die andere Seite mit all den Papieren. Daraufhin flohen die schwarzen Gestalten unter gequältem Geheul, doch die Engel nahmen die Seele des Menschen und trugen sie ins Paradies, wo sie Gottes Menschenliebe preisen. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über das Wunder, das dem Apostel Philippus mit dem Eunuchen wiederfuhr. Apostelgeschichte, Kapitel 8 Wie der Engel Philippus von Samaria herbeiführte und ihn an der Straße nach Gaza absetzte. Wie die Philippus, den Eunuchen der Königin Kandakisa, ihm eine Prophezeiung des Propheten Jesaja auslegte und ihn taufte. Wie ein Engel Philippus nahm, ihn für den Eunuchen unsichtbar machte und ihn in einem Augenblick nach Astort brachte. Homilie über Sünden der Zunge Ich sprach, aufpassen will ich auf meine Wege, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Psalm 38, Vers 2 Sünden der Zunge sind die häufigsten und leichtfertigsten Sünden. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann, sagt der Apostel Jakobus. Kapitel 3, Vers 2 Wenn ein reuiger Mensch Gottes Pfad betritt, wenn er gemäß dem Geboten Gottes zu leben beginnt, möge er zuerst danach streben, nicht mit seiner Zunge zu sündigen. Dies war die Regel, die sich der reuige David auferlegte. Er entschied, besonders gegenüber seinen Feinden zu schweigen. Ich setzte vor meinen Mund eine Wache, als sich der Sünder vor mir erhob. Dies ist eine wunderbare Regel für einen Menschen, der sich im Prozess der Heilung von der Sünde befindet. Wenn er angeklagt wird, gibt er keine Antwort. Wenn er verleumdet wird, bewahrt er Stillschweigen. Wahrlich, welcher Nutzen besteht darin, mit einem ungerechten Menschen zu sprechen, wenn er voller Zorn ist? Wenn du zu ihm über das Böse sprichst, wird er noch mehr in Wut geraten. Wenn du vom Guten sprichst, bringst du ihn nur dazu, die heiligen Dinge zu verspotten. Christus schwieg vor Pilatus, Matthäus, Kapitel 27, Vers 12. Warum gibst du mir keine Antwort? fragte Pilatus. Welche Antwort hätte er ihm geben können, der weder Ohren hatte, um zu hören, noch Einsicht, um zu verstehen? Siehe, das Schweigen des Gerechten vor dem Ungerechten kann auf diesen den größten Eindruck machen. Der Ungerechte, dem es überlassen ist, das Schweigen für sich zu deuten, kann es auf eine Weise deuten, die für seine Seele hilfreich ist, während jede Antwort, sei sie gut oder schlecht, im Sinne des Bösen gedeutet wird. Zur Verurteilung des Anderen und zu seiner eigenen Rechtfertigung. Selig sind, die gelernt haben, ihre Zunge zu beherrschen. O Herr Jesus Christus, unser Gott, der du uns ein Beispiel dafür gegeben hast, wie und wann man spricht und wann man schweigt, hilf uns durch deinen Heiligen Geist nicht mit unseren Zungen zu sündigen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. Amin. Vielen Dank.